Willkommen Freunde zu einem weiteren Video. Ich bin es hier, der Alex und ihr seht es schon im Hintergrund. Ebay ist heute in meiner Stadt Bremen und bietet das heutige Event hier. Ich bin für euch live dabei und werde euch den Inhalt mitteilen, was Ebay zum erfolgreichen Marktplatz macht und welche Neuerungen Ebay mitgebracht hat, um noch erfolgreicher auf dem Marktplatz zu verkaufen. Viel Spaß dabei! Der ein oder andere Ebay-Händler hat es sicherlich mitbekommen. Ebay ist in Deutschland und Tour und vielleicht auch in deiner Stadt und deiner Nähe mit dabei. Am 20. Juni war Ebay in Bremen und ich war für euch live mit dabei und habe alle Informationen und News rund um den Marktplatz mitgenommen, um dieses hier in diesem Video zu präsentieren. In diesem Video erfährst du, wie sich Ebay weiterentwickelt, um das Verkaufen auf dem Marktplatz noch erfolgreicher und zukunftsorientierter zu gestalten. Falls du sagst, du hättest auch Lust, bei so einem Ebay-Event live mit dabei zu sein und du schaust das Video noch heute, dann kann ich dir sagen, dass du dich dafür noch anmelden kannst. Ebay war schon bereits in Leipzig und Bremen. Diese Termine sind leider schon verstrichen, aber du hast die Möglichkeit, in Düsseldorf und Stuttgart live dabei zu sein. Düsseldorf am 3. Juli und Stuttgart am 17. Juli. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Klick hier auf das Anmelde-Button und du kannst hier als Händler, aber auch als Nicht-Händler ein Ticket für dich reservieren und das Ganze kostenlos dran teilzunehmen. Was genau macht denn jetzt so ein Ebay-Event oder allgemein Live-Event aus? Du triffst hier auf die Führungsperson von Ebay und kannst denen direkte Fragen stellen, die dir so an Herzen liegen. Und du hast Informationen aus erster Hand und kannst direkte Fragen bei den Präsentationen stellen und die Unklarheiten beseitigen. Du triffst auf Händler, aber auch Nicht-Händler und andere Kooperationspartner und kannst mit denen dich connecten und austauschen und hier eventuelle Kooperationen schließen. Auf der Veranstaltung bietet dir Ebay die Möglichkeit, Ebay persönlich zu verbessern. In dem Format Ideenschmiede setzt ihr euch in Gruppen zusammen und könnt eure Verbesserungsvorschläge für Ebay vorschlagen und diese werden dann besprochen. Und Ebay nimmt das wirklich ernst, denn niemand weiß besser, wie der Handel auf Ebay funktioniert, so wie die Händler selbst. Und dementsprechend nimmt Ebay das Ganze ans Herz und verbessert den Marktplatz sowohl mit dem Umgang und der Verwaltung auf dem Marktplatz. Und natürlich nicht zu vergessen, das gute Essen, die Location und die Giveaways, die ihr hier mitbekommt, wenn ihr an der Veranstaltung dran teilnehmt. Falls du nun an keinem dieser Termine dran teilnehmen kannst, weil du anderweitig verplant bist, dann kein Problem. Ich habe für dich nämlich alle Themen mitgebracht, auf einen Blick die Ebay hier auf diesem Event vorstellen. Ich möchte einige Dinge, die mir am Herzen liegen und für dich wichtig sein können, ansprechen und beginne hier mit der Umsatzsteigerung. Bei der Umsatzsteigerung spielt das Optimieren der Angebote eine entscheidende Rolle. Und ich finde hier eine Grafik ganz schön dargestellt und zusammengefasst, was du alles beachten solltest, um hier erfolgreicher und umsatzorientierter zu arbeiten. Fangen wir an mit dem Titel. Der Titel, wie bekannt, hat nur 80 Zeichen zur Verfügung und die Struktur sollte folgendermaßen gegliedert sein. Erst sollte die Marke des Produktes auftauchen, dann das Produkt, die Art, der Name, das Modell und die Besonderheit. Und hier ist es wirklich so, dass du die Marke zuerst nennen solltest, falls diese eine große Relevanz hat und Marktbekanntheit. Danach kommt das Produkt und der Name, sowie die Modelle und Besonderheiten wie die Farbe. Aber aufgepasst, die ersten drei Suchbegriffe sind meistens die wichtigsten. Denn, wenn der Kunde nach dem Produkt sucht, dann werden die ersten drei Begriffe als relevant angesehen. Denn alles, was danach folgt, ist nicht mehr entscheidend oder spielt gar nicht mehr so die große Rolle. Des Weiteren, Free Shipping and Returns, kostenloser Versand und Rückversand mit mindestens 30 Tage Rückgaberecht ist mittlerweile schon der Standard und sollte definitiv beachtet werden. Artikel, Merkmale, das predige ich auch in vielen anderen Videos immer wieder, dass du darauf schauen solltest und selbstverständlich hier die Vollständigkeit beachten solltest. Denn umso mehr Merkmale du festlegst, umso mehr Filtermöglichkeiten werden für dich eingeordnet und so findet der Kunde das Produkt. Produktbilder sind auch sehr, sehr wichtig. Ebay sagt hier, 5 bis 7 Bilder sollten es schon sein pro Anzeige und das auf weißem Hintergrund. 500 Pixel sollte es mindestens haben, meiner Meinung nach 1000 oder 1500 besser. So hat der Kunde eine gute Qualität als Präsentation. Denn ein Bild sagt sehr viel aus über das Produkt. Er kann es nicht anfassen, er kann es nur am Bild erkennen und somit ist es sehr, sehr wichtig. Und dann springe ich direkt zum Service-Status. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, denn hier fristgerechter Versand und schnelle Reaktionen auf Kundenanfragen ist das A und O. Deswegen solltest du das Ganze beachten. Versand, kostenloser und schneller Versand und Trapping-Nummer sollte auch hier mit beinhaltet sein. Dann geht hier Ebay das Ganze ein bisschen detaillierter durch. Als nächsten Punkt möchte ich hier die Ebay-Marketing-Tools und das Social Sharing ansprechen, wobei das Social Sharing insbesondere sehr, sehr wichtig ist. Schauen wir uns gleich mal an. Dazu plane ich auch ein separates Video zu machen, wie du das Ganze gestalten kannst für dich, um noch mehr Reichweite zu nutzen und aufzubauen. Erstmal zu den Ebay-Marketing-Tools. Dazu habe ich bereits viele, viele Videos gemacht über Mengenrabatt-Aktionen, aber auch Multi-Rabatte, Sonderaktionen, Preissenkungen, Gutscheine und vieles mehr findest du unten in der Videobeschreibung, wie du das für dich umsetzen kannst und diese ganzen Aktionen für dich starten kannst. Viel interessanter finde ich das Social Media, Social Sharing. Du kannst quasi mit einem Klick dein Produkt von Ebay auf deine sozialen Netzwerke verlinken, so dass Kunden auf den sozialen Netzwerken deine Produkte angezeigt bekommen und direkt auf dein Angebot landen. Egal ob Facebook, Instagram, Pinterest und wie sie alle heißen, hast du dir die Möglichkeit, das Ganze hier zu sharen mit einem Klick. Wie gesagt, das geht relativ schnell. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, wie du Kundenerwartungen besser erfüllen kannst. Und hier geht es um ein neues Tool bzw. eine neue Ansicht, die Ebay hier präsentiert und vorgestellt hat. Erstmal natürlich solltest du weiterhin kostenlosen Versand anbieten, schnellen und zuverlässigen Versand und das Ganze einfach gestalten. Und Ebay hat hier den Top-Service angesprochen, was die hier umsetzen möchten. Es werden alle Angebote speziell hervorgehoben und mit so einem Sternchen gekennzeichnet, die gewisse Kriterien erfüllen. Das heißt, wenn du auf Ebay zuverlässig verkaufst und gut deinen Job machst, möchte Ebay dich belohnen und deine Angebote hervorrufen. Folgende Kriterien müssen aber erfüllt sein. Schneller und kostenloser Inlandsversand mit Sendungsnummer für Artikel ab 10 Euro. Das heißt, Bearbeitungszeit maximal ein Werktag und Lieferung maximal drei Tage. 30 Tage Rückgaberecht, wie ich schon angesprochen habe, sollte mittlerweile auch schon der Standard sein. Artikelstandort und Retourenadresse sollte im Inland sein und der Verkäuferstatus überdurchschnittlich oder mit Top-Bewertung. Finde ich super, dass Ebay das hier so macht, weil vor allem die Verkäufer, die wirklich einen Top-Service-Status haben und sich hier wirklich ins Zeug legen, um die Kundenerwartungen zu erfüllen, sollen hier dafür belohnt werden. Hier gibt es noch Quick-Tipps und viele andere Sachen. Wie gesagt, die ganze Präsentation findest du unten in der Videobeschreibung, schaust dir an. Schauen wir uns den weiteren Punkt an und zwar mit Ebay wachsen. Was bietet uns hier Ebay? Verschiedene Ebay-Programme für Ebay-Händlerinnen und Händler. Besonders für die, die auf dem Marktplatz Ebay als neuer Händler starten möchten, hat Ebay hier das Durchstarter-Programm, was es wirklich in sich hat. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, findest du unten in der Videobeschreibung. Und zwar kurz gesagt die Vorteile. Drei Monate keine Verkaufsprovision, die berechnen dir einfach nichts für drei Monate. Vier Monate kostenloser Topshop, der eigentlich 80 Euro kostet und vier Monate Premium Kundenservice und Geschäftsberatung. Also wer das nicht als Vorteil sieht und hier auf Ebay nicht verkaufen möchte, da weiß ich auch nicht. Als ich angefangen habe, würde ich mich über so ein Programm definitiv gefreut haben. Teilnahmevoraussetzungen solltest du dir natürlich hier einmal durchlesen. Weiteres Programm, was uns Ebay bietet, und zwar das Pro-Trader-Programm. Für erfahrene Händler, die auf dem Marktplatz schon etabliert sind, hat Ebay hier natürlich verschiedene Möglichkeiten, deinen Umsatz zu steigern und dir hier auch wirklich Marketing-Tools an die Hand geben, wie du das Ganze schaffst. Des Weiteren haben wir hier den Account-Management, wo auch noch mehr Serviceleistungen geboten werden. Das Ganze kostet monatlich 199 Euro und kann hier in Anspruch genommen werden und hier wirklich mit Vollgas die Umsätze zu steigern. Und wir haben die individuelle Geschäftsberatung, die du auch in Anspruch nehmen kannst, um hier dich beraten zu lassen, was passt denn wirklich für dich. Sicher verkaufen, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, worüber sehr gut von Trusted Shops hier berichtet wurde, denn das Thema Abbahnungen, besonders für Neuanfänger, aber auch längere und erfahrene Händler auf den Marktplätzen, ist natürlich immer ein Thema. Das solltest du dir auch auf jeden Fall mal anschauen, was du niemals machen solltest, wenn du zum Beispiel eine Unterlassungserklärung bekommst, worauf du achten solltest, falls du Abmahnungen kriegst. Hier bekommst du auch zum Beispiel eine Statistik, welche häufige Abmahngründe zum Beispiel in 2023 gewesen sind, wo du insbesondere bei dir in deinen Anzeigen und deinem Geschäft darauf achten solltest. Das schaust dir unbedingt an. So, als nächstes die Logistikprogramme bei Ebay. Viele meckern ja, ich verkaufe nicht auf Ebay, weil ich habe nicht die Möglichkeit, da das Fulfillment-Programm zu nutzen. Dann mache ich es lieber bei dem Nachbarn Amazon. Aber ich kann dir sagen, auch Ebay hat hier wirklich gute Lösungen, und zwar das Fulfillment bei Orange Connex. Hast du die Möglichkeit, das Ganze zu machen, habe ich auch bereits ein Video gemacht, schaust dir unten in der Beschreibung an. Ansonsten hat Ebay auch hier eine Versandlösung bei Packlink. Schaust dir auch an, günstige Versandkosten, wie du direkt von Ebay deine Labels erstellen kannst und vieles, vieles mehr. Und zu guter Letzt die Zukunft. Und die Zukunft weiß jeder, ist KI-basiert und künstliche Intelligenz begleitet uns und wird uns noch weiter begleiten. Viele, viele Berufe werden sich umstrukturieren aufgrund der KI. Was haben wir hier von Ebay? Und zwar haben wir hier die Stufe 1, die bereits jetzt vielleicht dir schon aufgefallen ist. Wir können nämlich über die KI die Angebotsbeschreibung und Artikelbeschreibung komplett automatisch generieren lassen. Natürlich solltest du da nicht 100% drauf vertrauen und Korrekturen und Nachkontrolle vornehmen. Aber was hat uns hier Ebay als nächste Stufe vorgeschlagen bzw. in Planung? Das Ganze wird wie gesagt entwickelt und demnächst wird es wirklich, wirklich einfach Angebote zu erstellen. Ich habe hier mal ein kleines Video für euch vorbereitet auf der Seite von ebay.com. Und dann findest du unten in der Beschreibung die Quelle, aber auch den Link zu dem Video. Schau es mal an. Ebay arbeitet hier nämlich an einem intelligenten Tool, was das Einstellen von Produkten und Beschreibungen einfacher und schneller ermöglichen soll. Denn alleine durch das Hochladen von Fotos könnt ihr direkt über mehrere Fotos euer Produkt beschreiben lassen, wie den Titel, aber auch den Rest, wie zum Beispiel die Artikelmerkmale und die Artikelbeschreibung wird automatisch von der KI übernommen. So habt ihr das Produkt sehr schnell online gestellt und müsst nur noch am Ende den Preis festlegen. Mega, was da auf uns zukommt und ich denke, das wird stetig weiterentwickelt, sodass wir hier definitiv von der künstlichen Intelligenz profitieren werden. Als Händler, aber auch als Käufer, denn den Käufern wird das Ganze auch immer besser und komfortabler gestaltet, um auf den Marktplätzen einzukaufen. Und als letzten Punkt habe ich hier die Jahresplanung mit eben kurz aufgenommen und zwar den Marketingkalender für 2024 von Ebay Ads. Schau mal, Ebay macht ja verschiedene Werbeaktionen und pusht deine Produkte durch diese Werbeaktionen. Natürlich ist das mit Konditionen verbunden, aber schau dir mal an, welche Werbeaktionen hier demnächst stattfinden. Uns interessiert das Ganze hier ab Juli bis Jahresende definitiv einen Blick wert, denn hier findet das Ganze dann zum Jahresende auch mit der Black Friday oder Cyber Week statt, sodass wir hier gut profitieren können und verschiedene Produkte, falls da was von dir mit dabei ist, beworben werden, um noch besser zu verkaufen und seinen Umsatz zu steigern. Auch haben wir hier ein E-Commerce Event und Messen Übersicht, die jetzt demnächst auch noch stattfinden. Ab Juli kannst du dir mal anschauen, wo du vielleicht mit dabei sein möchtest, um davon zu profitieren und live dich zu connecten. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich und du hast hier einiges mitnehmen können und hoffe natürlich, dass du bei den nächsten Videos dabei bist. Ich möchte ins Spezielle was zu dem Social Sharing machen und zu der KI, wie sich diese weiterentwickelt und wie wir Angebote mit der KI optimiert, schneller und komfortabler einstellen können. Viel Erfolg dir beim Kaufen und Verkaufen weiterhin und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist.